Juru trifft Politik. Die Bürgermeisterkandidaten in Saalfeld stellen sich vor. Glück auf liebe Saalfeldinnen und Saalfeld, mein Name ist Sebastian Susek. Ich bin 38 Jahre alt, ledig, keine Kinder. Ich bin gelernter Industriemechaniker. Derzeit übe ich diesen Beruf auch aus, als Angestellter in Rudelstadt. Ja, meine Hobbys sind unter anderem Musik und ich angle sehr gerne, leider mit wenig Fangerfolg. Ja, was soll den Zweifel geändert werden? Wieso soll ich Ihr Bürgermeister werden? Ich würde mich auf jeden Fall erst mal mehr um die Jugend kümmern, der Jugend vielleicht ein eigenes Budget zur Verfügung stellen, dass sie selbst entscheiden können, was für sie wichtig ist, wo man anpacken muss und ja, dann würde ich gern das Rathaus ein bisschen transparenter gestalten, dass man Entscheidungen vorher an den Bürger bringt, dass die Bürger mitentscheiden werden können und nicht erst hinterher, wenn es schon alles durch den Stadtrat entschieden ist. Das sind meine Anliegen. Wie gesagt, ich bin parteilos. Ich bin da kein Parteizwäng unterlegen. Ich bin da frei im Kopf und kann mich voll dem Bürger und das der Stadt Saalfeld widmen. In diesem Sinne am 15.4. worden Sebastian Süße gewählen. Vielen Dank.